Diese hier angebotene zweieinhalb Zimmer Mietwohnung ist ab dem 29. Juli 2014 bezugsfrei. Die gut gepflegte Maisonette Wohnung befindet sich im Rhein-Sieg-Kreis. 1996 wurde das Wohnhaus erbaut. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer sowie zwei Außenparkplätze. Bei einer Wohnfläche von ca. 78 Quadratmetern beläuft sich die Kaltmiete dieser Maisonette Wohnung auf 498 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.